Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Hiob. Ich habe wieder mal schlechte Nachrichten in Sachen Ladetarifen für Elektroautos an öffentlicher Ladeinfrastruktur. Denn die SWM, die bisher einen wirklich sehr günstigen Tarif für Elektroautofahrer im Angebot hatte, hat jetzt bekannt gegeben, dass sie zum 01.04.2022 ihre Preise massivst erhöhen wird. Ganz viele Zuschauer haben mir da eine Mail geschickt, die ich euch gerade mal zeigen möchte. Hier haben wir dann auch schon die Mail, da heißt es Guten Tag. Die SWM haben die Preise für das Laden an öffentlichen Ladesäulen der SWM und der Roaming-Partner der SWM seit 01.04.2019 stabil gehalten. Das ist korrekt. Die Entwicklung auf den Energiemärkten sowie der allgemeine Kostenanstieg machen es nunmehr nötig, unsere Preise anzupassen. Aus diesen Gründen können wir ihren Vertrag nicht mehr fortsetzen und kündigen diesen hiermit form- und fristgerecht zum 01.04.2022. Warum hier direkt gekündigt wird, statt nur darüber informiert wird, dass man die Preise erhöht, das ist mir nicht ganz klar. Die AGB geben das aber glaube ich her, dass die Stadtwerke München hier kündigen können. Ich bin kein Jurist, aber das mag wohl so sein, wobei diejenigen, die die Mail bekommen haben, die müssen nicht traurig sein, denn die Tarifkonditionen, die die SWM jetzt in Zukunft bieten wird, sind alles andere als attraktiv. Hier werden die dann auch noch mitgeteilt. Unsere künftigen Preise laden an AC-Ladepunkten 49 Cent je Kilowattstunde, laden an DC-Ladepunkten 69 Cent je Kilowattstunde und die Ladekarte kostet jetzt 11,90 Euro. Das Ganze ist auch schon auf der Internetseite der SWM angepasst. Wir sehen hier die alten Preise bis 31.03.2022. Da hat man 38 Cent sowohl fürs Laden AC als auch fürs Laden DC bezahlt. Und da war nach meinem Kenntnisstand auch Ionity mit dabei. Und da kann man natürlich davon ausgehen, dass die SWM bei Ionity auch kräftig draufgezahlt hat, denn ich will gar nicht wissen, was Ionity von den Roaming-Partnern tatsächlich abkassiert für eine Kilowattstunde. Also ich kann auf der einen Seite verstehen, dass die SWM die Preise erhöht, weil auch die Strompreise an sich sind natürlich gestiegen, wissen wir alle. Das Maß der Erhöhung finde ich jetzt ein bisschen überraschend. Auch warum man jetzt statt 5 Euro für eine Ladekarte plötzlich 11,90 Euro nimmt, ist mir nicht ganz klar. Und wir haben jetzt, wie gesagt, 49 Cent je Kilowattstunde fürs AC-Laden. Das sind so rund 29 Prozent Preiserhöhung. Und beim DC-Laden haben wir jetzt die genannten 69 Cent je Kilowattstunde. Das entspricht so 82, 83 Prozent ungefähr Preiserhöhung. Und das ist natürlich schon massiv und macht die SWM damit für Elektroautofahrer absolut unattraktiv. Und ich habe jetzt hier auch keine Differenzierung erkennen können, dass zukünftig Kunden der SWM, die also dort auch ihren Strom beziehen, entsprechend günstigere Tarife bekommen. Das heißt also, Laden auch in München direkt an der Ladeinfrastruktur der SWM für Stromkunden der SWM wird mit der Karte unattraktiv, denn da gibt es weiterhin günstigere Anbieter. Ich verlinke hier oben auch nochmal mein Ladetarifvideo, das ich vor einigen Wochen hochgestellt habe. Das ist natürlich nicht mehr ganz aktuell, aber auch dort findet ihr noch günstigere Anbieter als die SWM selbst. Ihr seht also, die Strompreise für das Laden von Elektroautos an öffentlicher Ladeinfrastruktur kennt nur eine Richtung, nämlich nach oben. Ich bin also hier der Verkünder der Hiobsbotschaft. Ihr könnt ja nochmal schreiben, was ihr davon haltet. Wie seht ihr die Situation? Glaubt ihr, dass das von der Bundesregierung angekündigte Deutschlandnetz eine Veränderung bringen wird? Dort ist ja eine Obergrenze von 44 Cent je Kilowattstunde erstmal vorgesehen. Ob das so kommt, ich habe mittlerweile meine Zweifel. Wird das aber im Endeffekt die jetzigen Anbieter ein bisschen unter Druck setzen, ihre Preise zu senken? Ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Ich werde langsam aber zum Pessimisten. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung auch mal unten in die Kommentare. Gut, ansonsten soll es das für dieses Hiobsbotschaftsvideo gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ein Abo ist ja wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr die nächste Hiobsbotschaft. Bis zum nächsten Mal.